Kann man es sehen? Wow! Und ich habe es nicht aufgenommen. Oh, ist das schon wieder ärgerlich. Hey Leute, ich bin hier gerade im Zentrum. Im Zentrum von Nusa. Sieht eigentlich ganz gechillt aus hier. Ich suche jetzt den National Park. Hab eigentlich schon die richtige Richtung gefunden. Hab jetzt einfach mal nachgefragt. Und es geht... Da lang. Da lang ist der Beach. Aber wir wollen in den National Park. Welcome to the National Park Nusa. Jaaa. Ich muss jetzt eineinhalb Kilometer laufen, um zur Aussichtsplattform zu kommen. Also National Park, der ist schon ein bisschen größer. Und ich werde euch das halt einfach alles ersparen, dass ich jetzt die ganze Zeit hier laber. Und deswegen spüren wir einfach vor! Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl. Ich habe das Gefühl nicht los, dass ich den Park für mich alleine habe heute. Da, hinter den kleinen Wäldchen, das blaue, also umso näher ich kann es komme, umso klarer wird das Wasser. Das ist der Hammer. Ich bin echt morgen gespannt auf Fraser Island, was da abgeht. Da werde ich erstmal meine GoPro nutzen, nach einem Monat Aufenthalt. Am Ende gibt es für die faulen Leute einen Lift. So, wir sind jetzt so oben angekommen und ich glaube jetzt weiß ich, warum hier sich keiner hoch verirrt. Das ist der Ausblick. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Hui, Tanglewood Track. Vielleicht sehen wir ja ein wildes Tarzan. Da, da catch'em all. Wo gehe ich jetzt lang, wo gehe ich jetzt lang? Ah, ich komme ja, ich gehe am besten da lang, weil ich werde ja dann, wenn auf dem Rückweg dann Hellsgate zurückkommen. Ja, so mache ich das. Gute Entscheidung. Gute Entscheidung, Hendrixer, hast du gut gemacht. Einmal klopfen auf die Schulter. So. So. Und weiter geht's. So. 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 Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt hier, da ist die Höhle und ich, mal gucken, vielleicht komme ich da irgendwie rein. Kann man es sehen? Wow! Und ich habe es nicht aufgenommen. Oh, es ist schon wieder ärgerlich. Ah, aber eigentlich muss ja immer jede, keine Ahnung, achte Welle oder? Nee, ach, egal. Ja, seht ihr hier diesen Fels, das ist, dahinter geht es dann weiter. Also das ist einfach eigentlich wie so eine Natursäule. Ich habe das kaum mal versucht im Foto festzuhalten und im Video. Jetzt war gerade eben wieder eine, die übelst hoch war. Und ich habe es dir nicht aufgenommen. Da liegt ein altes Handtuch, um das Rutschige zu überbrücken. Anders kann ich es mir jetzt nicht zusammenreiben, warum das dort liegt. Auf jeden Fall keine schlechte Idee. Oh, wer weiß, was in der Höhle ist. Oh, Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider. Auf der Suche des heiligen Kreis. Lara Croft and Handtrixer. Selfie. Ich habe mich verlaufen. Ich hätte wie Hänsel und Kretel Brotkrum ausstreuen sollen. Aber es hätten die Tiere wahrscheinlich dann alle gefressen. Dann hätte ich auch nicht wieder zurückgefunden. Ich habe mich verlaufen. Das Wandern ist das Hendrix, das muss das Wandern. Willst du auch ein Wanderer sein, dann musst du nur auf meiner Seite erscheinen. Instagram, Facebook, YouTube, Hendrix Entertainment. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020